Jack Reacher war mein Militärpolizist. Ein Phantom. Kann ich helfen? Ich werde sie ausschalten. So nicht. Sie sind wie ein Krebsgeschwür. Korruption. Sie töten die, die sich nicht kaufen lassen. Ich will ihn unter die Erde bringen. Reacher? Ich werde sie da rausholen. Sagen wir, der Sieger kriegt alles? Jack Reacher im Kino.